Ja, wir sind wieder zurück. Immer wenn ich tot bin, verdächtigst du mich und immer wenn ich mal Traitor bin, dann machst du auch Verdacht. Immer, grundsätzlich. Das tut so nicht mehr weiter. Ich hab dich gesehen, du Arsch! Wir müssen reden. Hier, Pan ist es, 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 Pan, Pan ist es. Na? Hab keine Muni mehr. Pan ist es. Tobi ist es. Scheiße, du bist schon wieder da gewesen. Alter, was war das denn? Der kommt doch immer da mit seiner Armbrust, mit seinem fetten Rohr, ey. Du bist immer da, wenn ich dich nicht brauch, ey. Nein, ich war es nicht, Tobi war es. Sie ist doch schon wieder verdächtig zu mich. Da ist ein Muster hinter. Das ist ein Muster. Boah, du bist so blöd. Ich bin blöd. Ich bin in deiner Welt immer Traitor. Ich kann machen, was ich will. Hier, bring mich um. Bring mich bitte um, ich will nicht mehr leben. Bring mich einfach um, Curry. Bitte macht's, Curry, bitte macht's. Häng doch meine Körperteile überall hin, damit jemand noch Traitor. In 10 Sekunden kann ich's tun. In 10 Sekunden kann ich's tun. Was ist da los? Hört auf jetzt. Ich bin Traitor. Ich bin's. Ich bin's auch, aber ich bin's sowieso. Ich bin eh Traitor. Also egal wer Traitor ist, ich bin auch Traitor. Ich bin's eh immer. Hey, ich bin's immer. Jetzt kommt, jetzt tut man nicht so. Hey Curry ist es. Boah, was habe ich nur getan? Alles. Okay, Pan ist in den Raum gegangen. In welchen Raum? Pan ist in den Traitor-Raum gegangen. Du brauchst gar nichts zu tun, Pan. In welchen Raum? Pan es ist. Sei doch nicht so aggressiv. Bist du Traitor? Komm, mach auf. Die haben mich im Traitor-Raum eingesperrt. Wes? Ich bin im Traitor-Raum. Ich sehe alle Kameras. Wo ist der Traitor-Raum? Unten. Ihr müsst in den Tunnel rein. Ach so, da. Da geh ich auch nicht rein. Nee, da geh ich auch nicht rein. Du hast so gruselig. Wobei hier oben, sie kann doch so Dinge aktivieren, dass hier alles kaputt geht, ne? Ja, ja. Ich hör doch da was. Ich hör das ja unten auch gerade. Leute, ich bin hier eingesperrt im Traitor-Raum. Ja Curry, das ist schade. War doch klar, dass die Pan wieder Traitor ist. War doch klar. Aber wahrscheinlich verdächtigt sie mich trotzdem. Wir können nichts machen. Das Geile ist, ich bleib jetzt hier, Leute. Dann kann ich nämlich die Camps beobachten, wisst ihr? Wo ist denn die Pan, weißt du das? Nee, eben nicht. Ah, Curry. Hier war doch gerade jemand, oder? Hier läuft überall jemand rum, ich weiß nicht wo. Ich hab doch hier gerade jemanden gesehen. Wieso sagt die Pan denn nichts mehr? Oh, Alter! Nein! Nein! Tobi! Tobi? Pan, du Sau! Boah! Boah, was war das denn? Alter, habt ihr das gesehen? Nee! Alter! War das die Aliens, oder was? Ja! Aliens! Die Aliens! Alter, der ist doch... Hilfe! Ey, lass mich! Was denn? Kann man die ja nicht erschießen? Ja! Die gehen doch auf dich los! Ja, ja, aber kann man die erschießen, das wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Das sind die aus Freimleich. Wie macht mich so fertig? Ja, genau, genau, genau. Entschuldigung, Curry! Ich bin auch bei meinem Traitor-Raum drin, ey! Alter! Ah! 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 Ja, ja! Ey, jetzt reitet doch drauf rum, weißt du! Wer ist ein Traitor? Ich bin's! Ich werde nie wieder einen Traitor erschießen. Der gewinnt jetzt immer, damit er sich nicht aufricht, weil ich vielleicht verlieren kann. Okay. Okay, Pan, ist ja gut. Ist ja gut. Uäh! Uäh! Quengel seufzt! Aber es ist nochmal... Es ist nochmal allgemein dazu zu sein, dass es... Pan, rein Richtung Traitor raus! Das ist natürlich eigentlich nur Spaß und Spaß. Das darf man auch nicht vergessen. Ey, Tobi! Ja? Irgendeiner ist gerade gestorben, hast du es gehört? Das war Pan. Die ist gerade Richtung Traitor rumgelaufen. Nein, 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 nein. Ich habe auch Verdacht erschossen. Ist das dein Ernst? Na klar! Ich wollte das auch mal machen! Ist das dein vollkommen Ernst? Ich wollte das auch mal machen! Aber warte mal, dann isst der Curry, aber... Nein, ich bin's nicht, Tobi! Ich bin's wirklich nicht! Ohne Witz! Okay, dann ist es vielleicht doch... Erika? War vielleicht gar nicht so Verdacht, ne? Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht bin ich's ja, aber das wäre zu auffällig. Oh nein, das weiß... Ich weiß es nicht, der Traitor ist scheiße, man! Ich weiß es nicht, der Traitor ist scheiße, man! Tobi, du kannst es auch sein! Tobi, du kannst es auch sein! Ja, ich hätte dich aber schon längst getötet! Nee, das hättest du nicht mal geschafft! Ist das dein Ernst Curry? Geh! Tobi, lass es! Du brauchst jetzt hier nichts beweisen, ja? Ist das dein Ernst Curry? Hey, das kann ich auch... Was macht ihr da? Ist das dein Ernst Curry? Was macht ihr da? Oh! Oh! Was war das? Die Spasten, Alter! Was war das? Wüsste nicht, was sich das angeht? Achso! Okay, gut! Gut, dann weiß ich Bescheid! Achso, ich bin der Traitor! Achso! Ja klar! Ja, Curry kannst du das! Hab ich vergessen, hab ich vergessen! Entschuldigung! Warte mal, ich geh hier lieber! Curry? Ja? Ich bin's nicht, Tobi! Ich bin's nicht, ich bin es nicht, Tobi! Okay! Lauf du mal vor, bitte! Na klar, Curry, klar! Ich bin es nicht, Tobi! Mann, ich bin's nicht! Au! Lauf du mal vor, gleich höre ich ein Baby in meinem Rücken, weißt du? Äh, wer ist das? Alter! Guck mal da! Okay! Ich schieße ihn! Nein, 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 Tobi, komm mal mit! Du musst ihn beobachten! Bitte! Okay! Ich aber gar nicht! Aha! Ja gut, das ist kein Geheimnis! Es ist hier gehappnet! Es ist hier gehappnet! Ich weiß nicht, was hier passiert! Was? Was? Hat jemand die Geisterwelt aktiviert? Alter! Curry, was machst du denn? So! Das finde ich voll unfair! Sag mal, Tobi, wieso ziehst du die ganz auf mich? Deine Lippen, ne? Hast du Botox da drin, Alter? Ja! Okay! Deine sehe ich leider! Achso, ich habe keine... Hä? Ähm! Ist das dein Ernst? Alter! Curry! 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 Curry, du alte Drecksau! Du bist so tot jetzt, ne? Nein, 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 hör auf! Ich bin's nicht! Hör auf! Ich bin's nicht! Ich schwöre dir, ich knall dich an! Was soll das gerade? Was soll das gerade? Was soll das gerade? Hör auf! Ich bin kein Trater, bitte! Hier, die Kiez auf mich! Das ist dein Scheiß, eh? Scheiße! Nein! Ja! Ich habe das gestr earrings! Jaaaa! Jaaaa! Also komplett getötet, Tobi, was machen wir denn, ey? Komm, als Traitor durfte ich das machen. Als Traitor war das völlig legitim! Das war völlig legitim als Traitor. Wann ey, Tobi! Warum schmeißt du denn auf die Granate, wenn ich da sitze? Ja, einfach so, weil's lustig ist. Ja klar, ist lustig mit anderen uns nebenzuspielen. Machst du das auch mit meinem Zucht, ne? Komm, schlägst du nach rechts. Was ist hier los? Du hast es verdient! Du hast es verdient! Du hast es verdient! Du hast es verdient! Ich guck lieber auf die Zeit. Da hast du das Spiel machte, das Spiel... Da ist viel Liebe im Raum. Tobi, Tobi, Hilfe, Hilfe, Tobi! Ich bin innozent. Gab's den nicht in Pizza? Ich bin auch innozent. Dein Arsch ist innozent. Du bist überhaupt gar nicht innozent. Mein Arsch ist so mega innozent. Nein. Innozehn. Man sagt sich, er sei nicht innozent. Hey, wo läuft hier Musik? Achso, in Pizza. Ich will hier packen! Boah, bist du auf die Rotmutter, Alter! Ja, ist gut. Was denn? Der Sound geht ab? Anna, wer schießt? Hast du auf mich geschossen? Auf die Pizza! Oh, ich hab mich immer mit der Pizza abgeworfen! Ich hab drauf geschossen und mir eins damit abgezogen. Wo ist ein Curry, wenn wir alle drauf am Erhaufen sind? Ja, Curry ist Traitor, glaube ich. Der hat's nämlich schon mal gemacht, als wir an der Pizzeria waren. Jetzt bin ich Traitor. Okay. Natürlich. Nicht nur jetzt. Generell oft. Okay. Ich wohne jetzt hier. So. Runter. Äh. Was? Hä? Achso! Aber so eine Pizza im Gesicht. Hey! Habt ihr Bock auf ne Hausparty? Alter geil! Ich hör nur Rock. Will keiner ne... Was? Will keiner? Ich bring Pizza mit. Boah cool! Oh cool! Komm hier hinten. Hier ist mein Zimmer. Hallo! Ich bin auch in der Randa. Hier wohne ich. Curry, wo bist du denn? Cool! Pizza! Ihr könnt nicht. Hä? Curry, was haben wir denn getan? Ich will jetzt nicht mehr mitspielen. Aber du Traitor bist mal... Ich spiel jetzt nicht mehr mit. Komm wir haben Pizza Curry, komm! Hier ist Pizza Party! Wie kannst du denn nicht mitspielen? Pizza Party. Ja, ja. Okay, und jetzt? Du hast jetzt hier ne Party. Bist du denn? Bei der Pizza halt. Ja, komm hier ist Pizza Party. Bei Pan zu Hause. Pan macht es das hier Haus. Das meint, ich wohne da. Ist das nicht ein bisschen klein? Da ist Pizza. Guckst du? Ich kann mir nicht mehr leisten. Pan ist ne Hobbit. Was? Passt ja ganz gut rein. Ich glaube ich bin größer als der Tobi. Das stimmt. Weiß ich gar nicht. Der Tobi ist aber nur 1,20. Der Curry ist ja irgendwie 3 Meter groß. Ey, ich bin hier rein! Also 3 Meter bin ich jetzt... Curry, war das für ne Waffe? War das das für ne Waffe? War das das für ne Waffe, Curry? Ja, ja, ne Diegel also. Ja, ne Diegel. Die ist geil. Ich hab doch gerade geschossen. Ich hab doch gerade geschossen. Schrotpimmel, Alter. Weiß ich nicht. Was ist denn los? Was ist denn los? Tobi, püpp dich mal. Ja. Okay, warte. Fahren geht da nicht hin. Das ist nicht... Das ist nicht jugendfrei. Das geht nicht. Das ist ein Lego-Map. Wir stöpseln. Gebauten. Glotz auf Glotz. Ja, einer wird bald nervös, ne? 5 Minuten noch. Mhm. Und ich hab schon... Ich ahne schon, wer es ist. Ich ahne schon, wer es ist. Ich hab auch so meine Verdacht. Ja, ich auch. Ich weiß genau, wie wir beide verdächtigen. Ich weiß auch, wen ich verdächtige. Ich weiß auch, wen ich verdächtige. Ich weiß auch, wen ich verdächtige. Ich weiß auch, wen du verdächtigst, ja. Puh. Jungs und Mädels. Ich hab das hier auch... Lass das. Lass das, Pan. Was? Lass das. Ja, komm. Was? Dann hat er aber geblorrt. Tobi. Aber der. Ich hab ne Fritteuse im Hals. Hä? Was war das? Das war ich. Achso. Bist du hingefallen? Ja, der Curry hat auf mich geschossen. Ey, willst du mich verarschen? Nein, war doch ein Scherz. Ich hingefallen. Weißt du, weißt du, wie schädlich das sein kann für mich? Ist du mir leid? Für dein Image oder was? Nein, das ist ganz dünnes... Ja, weißt du, ihr glaubt doch eh alles und dann bin ich tot. Sofort 400 D-Abos. Dann bin ich... Dann bin ich tot, weißt du. Man muss immer aufpassen, was man hier sagt, Leute. Hä? Ich bin hier raus. Ich bin da gefangen. Ich bin auch gefangen, Pan. Wo denn? Im falschen Körper, oder was? Bist du im Traitorraum gefangen? Ja, ich wär gern Tobi. Ich wär um, wär ne Frau. Oh, Curry ist gefangen in Tobis Körper. Was ist da los? Ich bin an der frischen Worte. Der Tobi krampft ein bisschen, ne? Ich hab dich schon... Oh, Leute! Der Curry und der Tobi. Oh, da war ich. Ihr seid doch ekelisch. Was ist da los? Wieso? Der Tobi ist doch ein mannhafter, äh, stadthafter, äh... Ich bin professioneller Kastrierer, weißt du? Ich mach mit meinen Arsch, man kann ja nur mit den Zähnen. Der macht ja nur mit den Zähnen. Curry, läuft hinter mir? Ja? Ich flieg jetzt weg mit dem Polizeihelikopter. Curry, 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 Curry. Ich flieg jetzt weg mit dem Polizeihelikopter. Oh? Dreieinhalb Minuten? Was passiert da noch? Wir schießen die die ganze Zeit. Hier schießt doch keiner. Doch, hier hat grad jemand geschossen. Ja, du wahrscheinlich. Da, schon wieder! Pan? Ich bin hier, aber ich schiefe nicht. Ich wusste eh, dass du da sitzt, Tobi. Was soll ich scheiße, Tobi? Geh mal ran, geh mal ran, geh mal ran, komm, komm, komm. Ich find das nicht lustig. Ich mach jetzt was, Tobi. Weiche! Ah! Tobi, geh mal ran. Warum geht der Traitor nicht in den Raum? Ich will nämlich auch mal wissen, wie das aussieht, wenn ihr auf dem Map die Sachen abfliegen. Kutscht mich mal. Tobi. Pan, geh doch selber rein. Erik? Erik? Ja, ja, ja. Kannst du was nochmal machen, Thomas? Was denn? Die Sachen hier mal fliegen lassen? Hä? Ja, klar. Ja, mach doch mal. Denn ich bin ja immer Traitor. Ja! Ich hab schon die Macht. Nein! Nein! Wehe! Was war das denn? Tobi, Alter! Tobi, ist das jetzt dein Ernst? Wehe! Wehe! Wie denn die Waffe hochgehe? Tobi, lass mal wechseln. 2 Minuten 22 noch. Komm, Tobi. 2 Minuten 22. Komm, Tobi. Auf 3. 1, 2, 3. Wehe! Ja, du musst schon in meine Richtung gucken, Tobi. Achso, ich dachte nach oben. Hier war der Wehe. Na, warte nochmal. Hä? Nein. Hier, warte. Hier, Tobi. Warte. Ja, geil, Karte. Und jetzt, ok. 1, 2, 3. Geil, geil. Waffentausch. Waffentausch. Steil, Alter. 2 Minuten noch. 2 Minuten? Ich dachte eigentlich, jetzt kommt ein Baby gleich geflogen. 3, 2, 1. Ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass Tobi plötzlich nichts mehr sagt. Ehrlich gesagt. Ja, also? Ja, das war so das übliche. Jetzt zusammen. Ich bin hier mit dem Thomas alleine. Alleine. Ja, ja. Und du zieht's auf mich. Und Curry hat mich auf einmal töten können. Du zieht's auf mich. Denk dran. Tja, dann bin ich mal gespannt, wer es ist. Tobi. Tobi ist es. Ja, ich bin's. Es kann eigentlich nur einer sein. Curry? Ja? Ok. Ich wollte nur sicher gehen. Was war das denn? Ja, Curry ist eigentlich Herbert Grönemeyer-Imitator. Hör doch mal auf. Ich bin's. Hör doch mal auf wie du schießt. Was bist du denn? Du bist es, alter. Du kannst mir sagen, wenn du willst. Hör auf, Tobi! Bitte lass es! Lass es, Tobi! Bitte, 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 stopp, 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 stopp! Erik? Ja, äh, Curry. Du kannst mich mal fett am Arsch lecken, Alter. Tobi, nein! Nein! Was war das denn? Oh, das gibt's doch nicht, Alter! Alter! Oh, Curry, nein, Curry! Hä? Alter, es fliegt ja tausend Meter hoch! Das sind so komische Runden heute! Ich hab keine Ahnung! Was hat der denn gemacht? Was hat der gemacht? Der ist einfach super hoch geflogen, wollte hinter dich und ist einfach so... ...abbrachiert! Ich konnte hier abbremsen irgendwie! Voll geil! Alles tut mir leid, Polio! Ich sag mal vor Lachen! Tobi! Ey! Ey! Ich bin Traitor, ich bin Traitor, nur damit Pan Bescheid weiß! Geil! Oh Gott, ey! Find ich gut! Ach, Junge! Ich bin schon wieder innocent, warum bin ich auf dieser Map nie Traitor? Ganz ehrlich! Ok, Tobi ist Traitor! Ja, Tobi ist Traitor, ich weiß, ja! Na klar! Aus dem Flieg, Tobi, bei mir! Was ist da los? Töte mich, komm! Soll ich? Töte mich! Innozent! Nein, ich liebe dich! Tu's! Ich liebe dich, Tobi! Warum schmeißt du denn die ganze Zeit die Rausganaten hier rum? Opa, lass doch mal deinen Scheid jetzt! Wie? Lass doch mal deinen Scheid! Oh, danke! Oh, Erik! Nein! Hi, Pan! Hi! Nein! Genau! Kann ich hier Muni aufsammeln? Ey! Was denn? Okay! Alles gut! Curry? Ja! Bleib mal kurz stehen! Nein! Bleib mal kurz stehen Curry! Jetzt machst du den Trick nochmal! Nein! Bleib doch mal stehen Curry! Tobi, Tobi, komm mal kurz! Warte mal, ich muss den Curry gerade verfolgen, warte! Ok, ich verfolg mal kurz Pan! Ich glaub der Curry, der will da unten... Jetzt verfolge dich nur! Was machst du denn? Ich mach jetzt einzig wichtiger! Ich bin näher gekommen Curry! Wollte mir wieder nicht... Tobi? Da war ein Baby! Ich hab ein Baby gehört! Das hab ich auch gehört! Tobi, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig! Ah, Tobi! Erik oder Pan? Pan, lebst du noch? Ja, weißt du, da kommt jetzt ne Antwort von... Von 1, 2... Könnt doch sein... Ne, ne, ne... Wo ist sie? Wo ist sie? Ok... Pan ist es! Die ist hier oben die Ecke rum... Hinten... Geh weg! Nein! Ich kann das nicht tun mehr! Ich kann das nicht tun mehr! Ich kann das nicht tun mehr! Scheiße! Mann, was ist hier los, Leute? Ich mach das einzig richtige! Brandverredigung! Dann töten sie mich! Schei... Was? Warum? Keine Munition... Ich kann also... Ich kann nicht ziehen! Ich kann nicht ziehen! Ich brauche andere Tricks! Ich muss mir andere Tricks angewöhnen! Richtig dreckiger! Schieß doch einfach gleich links neben den Körper! Vielleicht triffst du... Du Arsch! Du kleiner Arsch! Da krieg ich da da! Vielleicht kannst du ja auch aus Serverside auch einfach die Hitboxen ändern! Ich geh da... So 3x3 Meter einfach pro... Pan-Modus! Hey! Hu, alter Schwede! Ey, das sieht aus wie eine Deutschland-Flagge hier, ne? Ich bin schon wieder interessant! Stimmt! Schwarz-Rot-Rot! Achso, ich möchte übrigens... Ich möchte... Ich möchte eine Sache übrigens noch mal ganz kurz sagen, ne? Auch damit die nicht untergeht! Das ist wichtig für alle Folgen! Auch wenn wir uns in den Folgen hassen! Und anschreien! Und verfluchen! Und was weiß ich! Wir sind trotzdem befreundet! Das ist natürlich ne Lüge, weil wir spielen grad TTT! Ja, aber außerhalb des Spiels! Das ist ja alles innerhalb des Spiels! Hier hassen wir uns alle! Wir werden uns gleich alle wieder knuddeln! Der Tobi kommt vorbei! Der Curry kommt vorbei! Du wirst mich gleich knuddeln! Da kannst du gar nicht knuddeln! Also wäre ich jetzt die Bild-Zeit und würde ich ja direkt drauf springen und sagen... Aha! Nach der letzten TTT-Runde... Gibt es schon! Gibt es schon! Nach der letzten TTT-Runde seid ihr mir also auch nur noch befreund! Ja klar! Da hat uns nichts zu interessieren! Weil äh... Das ist deren Ruf, der kaputt geht! Weißt du? Mit deiner! Mit deiner! Okay! Warte ganz kurz! Ich möchte die Szene bitte endlich mal sehen! Ich hab immer nur davon gehört! Ich hab's auch noch nie gesehen! Ich hab's auch noch nie gesehen! FM! Doch! Wir haben das schon gesehen, Erik! Äh... Wann? Ganz am Anfang! Es war die erste Folge! Tatsächlich! Hä? Hä? War da der Curry? War da glaube ich Traitor oder so? Ne! Die Szene, wo das gesagt wird! Mit dem Ruf! Der kaputt geht nicht deiner! Ach so! Ich dachte, dass das hier alles kaputt ist! Ja! Ich bin grad voll verwirrt! Der Tobi sagt mir so, wir haben die Szene gesehen! Weißt du, dass wir zusammen auf dem Sofa gesessen haben! Ah Tobi! Das würde mich freuen! Aber leider war's nicht so! Barbara! Barbara! Nein, nein, nein! Barbara! Entschuldigung! Ich will kein Bild mit Lombardi, wo ich mit drauf bin! Bitte! Wir nennen dich einfach nur noch... Wir nennen dich nur noch Tombadi! Tombadi! Alles gut! Merkste selber gerade, ne? Was denn? Merkste selber! Mach ich mich unbeliebt! Können wir bitte den... Wirst du mich gleich auf Verdacht killen? Warum Tom? Bitte den Tobi! Sarah heißt sie doch mit Vornamen, ne? Bitte Tobi mit Sarah schicken einmal! Wie heißt der Typ von ihr nochmal da? Dieser andere? Karl-Heinz! 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 Kalle Lombardi! Petro! Wie heißt der? Pietro! 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 Pietro wie bei Dishonored! Pietro! Aua! Was war das? Oh Alter, wer war das? Hey Curry, hat jemand ne Granate nach uns geschmissen? Ja komm, leck mich Tobi! Du warst das! Klar, weißt du, ich werf ne Granate da unten! Junge, du hast sie in die Luft geworfen Tobi! Ich hab's doch gesehen! Das ist richtig Curry! Das ist richtig! Pan! Ja? Warum schleichst du? Ja? Damit man mich nicht hört! Tobi! Pan! 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 Die stand grad still! Ohne Scheiß! Was war das denn jetzt? Hä? Was ist los Pan? Pan, die ist grad schon weitergelaufen und hat trotzdem immer in dieselbe Richtung geguckt! Ja ne, ist so ne? Ich nicht mehr! Pan! Ja? Ja Pan! Er schließt mich doch wenn du denkst! Ich bin's nämlich nicht! Ja Pan! Was kommt denn jetzt auf einmal zu? Feige 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 Feige! Decken wir jetzt den Fall auf Pan? Ja? Denk doch mal auf! Denk doch mal auf! Denk Pan! Wenn der mich jetzt erschießt, bist du Traitor! Nein! Das war ich! Das war ich! Ich bin gefallen! Dreh dich nicht um und guckt! Das könnte bei Pan echt gefährlich sein! Oder Curry ist grad im Schwed. Pan! 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 Nee, ich beweg mich! Ich hab mich nicht beweg! Ich hab mich nicht hergeschaut! Pan! Wann ist los? Aber wer ist es jetzt wirklich? Also die Pan ist gerade sehr verdächtig am Rand entlang gelang! Oder vielleicht haben wir uns das alles nur ausgedacht? Ich schieße sie in die Eier! Geh weg jetzt! Pan! Also ich muss da leider auf Verdacht jetzt machen! Da muss ich jetzt leider auf Verdacht machen! Pan, was machst du jetzt? Pan! Hilfe! Der Henker ist gleich da! Ich hab's genau gesehen! Ich hab's genau gesehen! Also ich mach da jetzt einen Verdacht! Wie oft denn noch? Der Junge! Der Junge! Jetzt geht der Ton auch noch hoch! Jetzt geht der Ton auch noch hoch! Hä? Waren wir da aggressiv! Jetzt ist hier wieder AfD, weißt du? Ja! Was soll das heißen? Ey! Ey, wer war das? Leute, ihr macht mich wahnsinnig! Was war das denn? Warum bist du hurt? Ich bin runtergefallen, die Leiter! Ja? Bist du sicher? Nachdem ich natürlich unten die ganzen Traitor-Fallen ausgelöst habe, wie man gehört hat alle! Pan ist echt nervös gerade, ne? Ja, zu Recht! Ich lass die Pan mal rein! Ja! Wieso laufen wir jetzt einfach wie die... Pfff! Huch! A la Curry! Du bist David Copperfield von TTT! Uh! Köpferfimmeldi-bammeldi-bum! Was machst du? Hast du ein Leiter? Achso! Ne, ich wusste nicht, dass das ein Leiter ist! Ich hab grad nur fliegen sehen und dachte grad, der Curry fliegt! Du musst einen fliegen lassen! Oh Gott! Pan machst du das? Traitor! Du gemeiner! Du gemeiner! Gemeiner schuft du! Pan! Lass es! Lass es! Pan! 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 Pan ist eine tolle Frau! OGцен! Hey! Was war das? Warst du das? Was denn? Hast du grad gesprayt? Ja! Achso! Curry? Hä? Curry, wir sollten zusammenhalten jetzt! Warum das denn jetzt auf einmal ist... Oohhhh, wie verdächtig! Ich muss mir immer das Vertrauen erkämpfen und jetzt müssen wir plötzlich zusammenhalten oder was? Tobi zieht auf mich! Ne? Wenn ich gleich nichts mehr sage. Ich wollte nur Bescheid sagen! Und ich ziele auf euch, damit ich sehe, wer wen umgeht. Und ich ziele auf dich. Hä, warum... Tobi! Alter! Äh. Curry, du Drecksau. Curry, du bist widerlich. Töte den Currypan. Äh, äh. Der ist auf einmal weg gewesen. Wo ist der denn? Wenn du die Möglichkeit hast, töte... Der fliegt hier rum. Da oben ist er. Ich bin's nicht. Nein, du... Nee, du Arsch mit Ohren. Ah, komm. Wo kommt das komische Baby? Aua. Nein! Mann! Oh, das hätte gerade so schön gepasst, ne? Ja, aber das war doch... Das war doch ein Dingsschuss. Wie sie alle wieder mich verdächtigt haben. Den unschuldigsten TTT-Spieler der Welt. Was ist da los? Ich war noch nie Traitor. Haben wir irgendeine Karte hiervon noch nicht gespielt, Leute? Was? Nochmal was? Haben wir irgendeine Karte hier noch nicht gespielt? Muffin City? Muffin City haben wir noch nicht gespielt, oder? Kakariko haben wir auch noch nicht gespielt. Klaza? Haben wir doch, oder? Weiß ich nicht. Klaza ist doch das mit den Hochhäusern. Kakariko haben wir noch nicht. Okay, Kakariko. Ja, aber... Kakariko, Kakariko, Kakariko. Ich war Kakariko. Das sind wir halt im Klo. Aber das, liebe Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Im Klo von Rico. Kakariko. Rico, hast du mir den geschießen? Du hast ja Mais hier. Warum ist hier so viel Mais? Das sind übrigens die Ricola-Bonbons auf Spanisch. Kakariko. Kakariko. Kakariko, Kakariko. Okay, das war scheiße. Ciao. Und Wer hat's erfunden? Achso, okay. Ja, vielen Dank für's Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Kakariko. Ja, okay. Ciao. Tschüss. Das war scheiße. Gewinner. Als death updates.